Als ich 2012 zum ersten Mal am Leuchten von Asre stand, lag meine Jagd nach den größten Wellen der Welt als Surfprofi schon lange zurück. Wer hätte gedacht, dass diese Welle mich eines Tages jagen wird? Die Anziehungskraft, die von dieser Welle ausging, war unbeschreiblich. Mir wurde plötzlich klar, dass sie mein Leben verändern wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020